Die Spirulina. Der menschliche Körper funktioniert perfekt, wenn er perfekte Organe hat, die aus perfekten Zellen bestehen. Der Körper braucht Proteine, um Zellen zu bilden, und Aminosäuren, um Proteine zu bilden. Die meisten Aminosäuren können vom Körper selbst hergestellt werden, aber einige Aminosäuren, die sogenannten essentiellen Aminosäuren, können nur über die Nahrung aufgenommen werden. Wenn eines oder mehrere davon fehlen, werden fehlerhafte Proteine hergestellt. Fehlerhafte Proteine führen zu unvollkommen funktionierenden Zellen und Organen, und unser Körper funktioniert nicht richtig. Spirulina enthält alle essentiellen Aminosäuren. Wenn Sie genug davon essen, können Sie sicher sein, dass Sie perfekte Proteine, perfekte Zellen und perfekte Organe bilden, und Ihr ganzer Körper wird wie eine Schweizer Uhr funktionieren.